Was geht ab meine Freunde zu einer weiteren Folge Minecraft Detlef und nicht Dieter, wie der liebe Mischa es eben gesagt hat. Ich sage gerade ernsthaft, wir haben jetzt, wir machen zwei Folgen im Vorrat, also wir haben jetzt die letzte aufgenommen gestern und heute, weil es sonst damit nicht passt, bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich die Folge gedacht, Dieter, 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 einfach Dieter. Ach nein. Erliko, hast du einen Wassereimer? Ich habe einen Wassereimer, ja. Setz dich bitte hier in die Ecke. Nee, hier in die Ecke, bitte. Ja, gut, nice. Warum hast du keinen Eimer oder was? Doch. Warum, hä, warum muss ich da den Wassereimer setzen? Ich habe keinen Wassereimer, man, sonst würde ich dich nicht fragen. Sehe ich so aus, sonst würde ich dich fragen, wenn ich einen hätte. Also du kannst Wasser wieder mitnehmen, gut, dann gehe ich. So, warte, nein, 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 ich habe keinen Eimer. Ah, gut, so, jetzt nimmst du den Eimer und setzt ihn da in das Loch rein. Nein, genau, so, danke, das war's. Schade, da war gerade ein Skelett mit verzaubertem Bogen, ich habe ein bisschen Hoffnung gehabt. Wäre schon cool gewesen. Dass der den droppt für mich, den verzauberten Bogen. Warum sollte er das tun? Weil die das oft machen. Ja? Du hattest einen Craft Tag, eine Skelett Farm. Du musstest doch wissen, wie viele Sachen die droppen. Ja, theoretisch muss er das wissen. Als ob ich das nicht weiß. Ja, 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 jetzt rede ich noch schnell raus. Ja, ja. Freundschaft, hier ist vorbei an der Stelle. Also ich bin gerade schön Holz am Holen, dass wir nie wieder Holz holen müssen. Okay. Und habe die Kühe gefeedet, das Weizenfeld nochmal ausgebaut. Ja. Damit wir in Zukunft noch mehr Kühe haben. Und gleich wollte ich wieder runterkommen. Also erstmal selig, weil ich bin gerade ein bisschen aggressiv. Und dann willst du auch ein Diastat haben? Ja, bitte. Warum bist du aggressiv, mein Freund? Einfach so. Manche haben so Phasen. Nimm dein Headset ab. Ich habe Kopfhörer. Ja, dann fass dir mal mit beiden Händen die Ohrläppchen. Ja. Reib sie ein wenig. Ja. Schüttel sie ein wenig. Ja. Und jetzt schreist du Wuser. Nö, ich habe nicht schon meine Ohrläppchen angefasst. Warum nicht? Ja, weil ich gerade in der Nacht bin. Ich habe Angst, dass ein Creeperz kommt. Kunga, ich komme, ich unterstütze dich. Wie viel Obsidian brauchen wir? Neun, glaube ich. Oder zehn. Zehn, zehn. Kunga, warte auf, ich komme hoch. Ich mache die Wasserquelle nicht kaputt. Kunga. Ja, bitte. Hey, da. Ich wette mit dir, ich sterbe jetzt mal. Hier, ihr Liebholz. Ja, vielen Dank. Da hast du auch ein bisschen. Kunga, siehst du diesen großen Baum? Den habe ja ich gepflanzt. Geil, den lassen wir da einfach mal stehen. Würde ich auch sagen. Du musst hier Holz vergessen, du. Wie Holz vergessen? Ja, hier liegt noch was rum. Ja, dann kannst du nehmen. Danke. Jetzt muss ich diesen ganzen Kackweg, den du mich letzte Folge hier lang geschleppt hast, wieder zurücklaufen. Ihr seid auch froh. LOL. LOL. Ja, hier ist gerade etwas komisches geschehen, aber ich sage dir das nicht. Was ist passiert? Nö. Boah, sag doch. Nö. Ich hasse dich. Lassen sie mich! Micha, du bist richtig verrückt geworden. Seitdem wir das Projekt machen, bist du abgehoben. Du bist ein schlechter Freund geworden, mein Freund. Aber richtig. Wir sind doch Freunde, aber du bist schlecht. Schlechter Freund. Okay. Okay, ich komme jetzt hoch, dann können wir ein Nether-Portal machen. Gucken wir erstmal im Nether, was abgeht. Nur mal kurz reinlügen können, weißt du? Also so Pimmel ganz kurz reinschieben. Ich werde so sterben. Hast du das jetzt ernsthaft gesagt? Ja. Ach so. Ich werde vergiftet. Ich werde vergiftet. Ich hoffe, dass du stirbst. Und? Und? Ja, ich bin noch 20 Sekunden vergiftet. Wirst du echt sterben? Hi, Kunker. Stopp, wir spielen noch hart. Ich weiß nicht, ob ich verrecke. Ja, kann sehr gut sein. Hol Milch. Milch, warte. Nee, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Nein, ich habe ja Essen. Mit Essen haltest du dich ja. Ja, aber du kannst dir das Gift wegmachen mit Milch. Hier, schnell. Ja, das hilft. Nimm. Trink die Milch. Wow, ich hatte jetzt noch eine Sekunde über. So. Guck, ich bin ein richtiger Retter gewesen. Ja, du bist der Retter der Menschheit. Ja, Retter der Menschheit. Habt ihr, ähm, hat jemand einen Flint von euch? Einen Flint? Ja. Äh. Echt jetzt? Ja, natürlich, da gehst du unten. Nee. Hol das mal bitte eben. Da haben wir fünf Milliarden Flint. Toi, jetzt habe ich dir das Feld kaputt gemacht wegen dem bisschen. Ja, ihr habt nichts mehr zu essen mehr. Ja, ich habe, ich... Äh, ich habe noch voll viel. Ich habe auch noch, ich habe noch 14 Steaks. Alter, gib mal was ab hier. Nö, Earlyboy, du musst halt klarkommen damit. Ist doch so. Nein, hier. Ich habe euch am Anfang nur vier Essen gegeben. Ich habe mal einen Steak an euch gegeben. Komm, die Treppe hoch. Auf der Treppe liegen die Steaks rum. Warum schreist du denn schon wieder so rum? Ja. Richtig schlecht. Ich habe dir nie was getan. Oh. Auf der Treppe liegen Steaks, Early. Ja, warte, ich mache mir gerade ein Feuerzeug und dann komme ich. Ein Zeug mit Feuer mache ich. Willst du mich verab... Ich habe die Ehre, heute das Feuer... Nee, Kunga darf das Portal anmachen. Ja, da... Boah, jetzt habe ich 60 Zäune gemacht. Hast du jetzt das Portal angemacht? Nein. Pass auf, dass ich... Ey, das hätte dir Ärger gegeben. Pass auf, aber bevor ich das anmache, ne? Ja. Muss ich hier alles schön sicher machen. Weil, stellt euch vor, wir finden einen Villager. Die könnten wir dann essen. So. Weiter geht's. Im Nether. Meine Freunde, heute ist ein... Oh. Warte. Warte mal, vielleicht... Ich bin ein bisschen dumm. Vielleicht sollte ich hier noch einen Zaun machen, ne? Ja, mach den Zaun hier hin. Ja. Kommt rein. Okay. Freunde. Hast du auch einen Zaun vor? Jetzt kommen wir nicht mal raus. Nein, wir leben jetzt hier für immer. Okay. So, doch, denn das ist die Tür bei der Deutschlandfahle. So, jetzt mache ich das Brutale. Lasst mich jetzt endlich. Okay. Und zwar, ich wollte eine Rede halten. Mach. Heute ist ein glorreicher Tag. Danke. Oh. Na, mach. Jetzt halt deine Rede. Ja, die war fertig. Ernsthaft jetzt, Alter? Kommt rein, Freunde. Ich habe gedacht, da kommt es jetzt was richtig krasses oder so. Boah, pass auf, ne? Tsch, tsch, tsch. Ruhig, ruhig. Neza ist ausgestellt. Jawoll, Skye. Wir sind nicht in der Luft gespawnt. Ich kam nicht rein. Weil es geht lecker. Wow. Danke, dass ich das Achievement nicht bekommen habe. Aber Micha. Hast du echt nicht? Ne, hab ich nicht. Ja, scheiß drauf. Ich bin auf Yolo Naut-mäßig unterwegs und so. Okay, mal gucken, was hier so abgeht. Pass auf, wir machen erst mal. Ich habe Angst, dass auf Hardy Pigments aggressiv random werden. Nein, werden sie nicht. Was? Wir wiederholten den Satz. Ich habe Angst, dass auf Hardy Pigments aggressiv werden. Random. Was hast du gesagt? Den Satz kann man gar nicht rekonstruieren, weil er so krass war. Das ist ein richtiger Bullshit. Aber. TV. Wir haben auf jeden Fall Wir haben auf jeden Fall richtig, richtig viel Quarz hier direkt am Eingang. Das ist richtig gut. Damit können wir auf jeden Fall Enchanting-Table. Jetzt müssen wir Bücherregale und noch keine Level fahren. Noch keine Level fahren. Hä, tun wir doch automatisch. Ich habe schon fast 30 Level. Ich habe auch schon 19. Ich habe 11, aber Oh, ich höre jetzt schon diesen Garst. Kommt schnell hier in meine kleine Höhle, die ich gebaut habe. Ja, okay, du legst. Ich legge. Ja, jetzt weg. Ja, besser ist das für dich. Ich sehe. Ich höre diesen Garst. Leute, kommt schnell zu mir. Wir müssen echt eine Nether-Festung hier irgendwo in der Nähe haben. Das wäre wichtig. So, ich habe erst mal unsere Hood gebaut. Das ist viel wichtiger. Ja. Ja. Hier hinten ist mega geil. Ey, mega geil. Wie du raten die Richtung gegangen bist, Danna? Ich komme. Das sieht sowieso. Unser Nether sieht richtig geil aus. Da ist der Gast. Wo? Wo seid ihr überhaupt? Ich bin weggelaufen. Ah, Freunde. Da ist ein Gast. Ich bin die ganze Zeit alleine. Immer. Das ist voll das Single-Player-Pod. Hier ist eine Nether-Festung. Echt? Du lügst. Ja, ich habe eine Nether-Festung. Nee, nee. Doch, doch, doch. Nein, ich sehe das doch bei dir am Bildschirm. Ich sehe sie. Ja. Die ist eine Nether-Festung. Glowstone brauchen wir auch, ne? Die ist sogar richtig groß. Ah, hier seid ihr. Krass. Ja. Hallo, boy. Nee, ich habe keine Ahnung, wo Zander ist. Die ist richtig groß. Die ist richtig groß. Da hinten ist die. Da hinten. Wo? Ich komme jetzt zurück. Da hinten. Ich glaube, Zander ist hier unten irgendwo. Wir müssen aber jetzt hinterher zurück. Warte, lass mal direkt mal ein bisschen Glowstone mitnehmen für Tränke. Was ist los mit dir? Warum lagst du wie so ein Glowstone? Lag ich echt? Immer zwischendurch so ein bisschen. Ja, aber das ist halt so. Das ist ein Feature. Okay. Ich komme jetzt zurück. So, ich zeige euch die Richtung, wo die Nether-Festung ist. Ich sehe sie von hier. Weil, siehst du? Ich habe ein Render-Distance nicht so gut geschert. Genau, in die Richtung ist sie, ne? Nee, Golds. In die Richtung ist die Nether-Festung. Aber brauchen wir jetzt noch nicht. Pass auf, dann machst du einen Pfeil dahin, okay? Ja, wir können nämlich lieber jetzt Ding ins Farmen. Bücherregale und sowas müssen wir bekommen. Damit wir uns verzaubern können. Dann verzaubern wir uns, gehen dahin, holen uns dann Blaze-Rots und so für Tränke und so einen Scheiß. Ja. Und für Enderaugen. Und dann müssen wir eine Ender-Farm bauen. Fertig. Ja, und dann haben wir das Projekt geschafft. Ja. Also, Micha, du gehst wieder in die Oberwelt. Ich bin wieder in der Oberwelt, ja. Boah, mein Pfeil ist richtig nice geworden. Oh, scheiße. Ich habe ein Feld kaputt gemacht. Boah, Micha, ne? Es reicht langsam mit dieser Griefing-Aktion im Projekt die ganze Zeit. Boah, haben wir Weizen? Macht er mit Absicht. Haben wir noch mehr Weizen? Äh, ich habe noch im Inventar, habe ich noch 16. Nice, nehmen die einfach mit in den Leather. Ja, nehme ich auch, weil ich wollte die Zombie-Pigman-Feed ein bisschen, damit die auch Kinder kriegen. Okay. Kriegen die auch so. Warte, das muss noch weg. Ich bin so ein richtiger Schönbauer, obwohl wir hier einfach ultra-artcore zocken. Boah, Junge. Alles ist super. Super Laden. Ich habe nämlich noch Knochen gehabt im Inventar, ich habe jetzt sieben Weizen. Mache ich mir erst mal Brot. Hast du wieder repariert, ne, das Feld, oder? Ne, den einen nicht. Der eine ist hier vorne an der Kante, der hier. Ich wollte gerade einen Spot setzen für einen Rainbow, Alter. Ich habe es letztens gesehen im Geschäft, im Angebot, 30 Euro. Ja, bei Instant Gaming auch. Link in der Beschreibung. Ich wollte gerade sagen, ich hole mit denen dann aber nicht über dein Ding. Ja, okay, danke. Okay, die Kür sind gefeated, Mann. Ich habe aber eins und zwei. Komplett alle? Ja, ja. Ja, ans kleine Kuh-Ding. Krass, wie kriegen wir den jetzt noch kaputt, wenn die so gefeated sind? Hier, komm her. Öli, öli, öli. Ihr habt ja das Weizen reingeworfen, ne? Boah, ich soll schon wieder in den Spot setzen. Ich sollte aufhören mit Rainbow. Richtig übertrieben. Okay, ich gehe jetzt nach unten. Warte, wie sieht es denn mit den Sugarcans aus? Nice. Wir besitzen drei. Wir haben Sugarcans und... Alter, wer hat denn die Sugarcans hier bitte unten angepflanzt? Ich war das. Unter den Steinen, die können nur auf zwei hoch wachsen. Ich nehme die mit nach oben, ja? Nehme mit nach oben. Wir haben acht Stück schon. So, wir müssen irgendwo die Sugarcans anpflanzen. Wo machen wir das? Mach das, äh... Hier. Boah, Alter, die ganze Festung ist voll hart, ey. Hier, Micha. Mich verfolgen Wither Skelette. Bist du in die Festung reingegangen? Ja, ich bin in der Festung, ist voll krass hier. Boah, was hast du's getan? Alter, Alter, oh, boah, Alter, ich wurde aus dem Nether gekickt. Hallo. Richtig, äh, der lügt, guck mal, der ist direkt hier. Richtiger böser Bubo, Junge. Ich wollte den gerade schon richtig fertig machen. Ich hoffe, ich wollte das schön mit euch zusammen machen. Ja, 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 genau dasselbe wollte ich auch sagen, ja. Richtig, ich hab angepflanzt hier. Sehr gut. Wir müssen, was mir direkt aufgefallen ist, und es fehlt eine Brücke über das Feld. Bist du doof, Junge? Ja, doch, das ist mir direkt aufgefallen. Warum? Ja, weil so zerstören wir das Feld immer. Weißt du? Ey, Mann, lieber, was tust du? Warum machst du das? Ich mach's schön. Ach, komm, ey. Mann, das ist dein Problem auch im Craft Attack gewesen, Digi. Du kannst nicht schön bauen. Du kannst einfach nicht produktiv sein. Ich kann produktiv sein. Du hast immer nur Scheiße im Kopf. Ich bin produktiv, pass auf. Du hast immer nur Scheiße im Kopf. Ich bin produktiv, ich organisiere Bögen. Okay, mach das. Mach das. Hier gibt's keine Spinnen. Okay, ich organisiere ein Schock. Okay, ich geh mal gucken, was hier so in der Umgebung abgeht. Was? Was? Ich geh mal gucken, was hier so in der Umgebung abgeht. Also, ihr habt irgendwas mit der Mobilbox verstanden. Der ist was labert, ey. Weißt du, ich rede ganz normal. Also, für mich rede ich ganz normal, ne? So, wenn ich manchmal denn mal in einem Video schneide, denke ich mir, Alter, was hast du da gelabert? Man versteht dich überhaupt nicht. Ja, weil du viel zu schnell redest manchmal. Nein, auch ich nuschle manchmal einfach sehr. Ja, das stimmt auch. Das liegt aber an deinem Kopf. Oh, ich bin grad voll konzentriert hier alles am Pflegen, damit das Feld von Micha nicht mehr kaputt gemacht wird. Weil Micha ist so ein Standardstraftäter. Scheiße. Kunga, ich hab gleich ein Geschenk für dich. Oh, ich hab gleich ein richtig fettes Geschenk für dich. Boah, Kunga, du wirst glücklich sein, ne? Hast du einen Esel? Hast du einen Esel gefunden? Ich sag dir nicht, was ich gefunden hab. Du hast einen Esel gefunden. Du bist gleich richtig glücklich, Alter. Du hast einen Esel gefunden. Du so als nostalgischer Farmer, du wirst gleich richtig... Kartoffeln, Widgeterdorf. Micha, wo bist du? Ich bin unten und farme. Okay, sehr gut. Ich versuche Diamanten zu bekommen. Okay, ich fiede nochmal. Hast du ein paar Kühe gekillt? Äh, nö, ich hab oben nichts gekillt. Okay, die Kühe nämlich doch nicht töten. Ne, 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 wir müssen die richtig hochbreeden. Richtig, das ist so wie ein Craft-Attack, dass die so aller laufend klumpen, dass du diesen Sound einfach tausendmal überlappt hörst, weißt du? Du hast in so einem Kreis stehen. Ja, ja, genau. Das ist immer das Geilste, Alter. So, ich komm dann mit runter, die helfen, okay? Okay. So, wir haben auch jetzt eine Diamanten. Warte mal, Spinnenbeben. Echt? Mitnehmen. Ich finde gut, dass ihr Sound-Send platziert habt in unsere Base. Ja, Early Boy. Ja, das ist doch schön. Ich hab drei Stück, wir können Bogen machen. Echt? Ja. Sehr gut. Boah, meine Nase, Augen, alles grad am Jucken. Moment, du hast Spinnenweben gefunden? Du hast eine Minenschach gefunden? Hä, nein. Ich hab einfach Spinnen gefunden unter der Erde. Ach, Spinnen, ich hab Spinnenweben verschleitet. Ja, der hat auch Spinnenweben gesagt. Hä? Ja, aber ich hab Spinnen getötet und die haben Spinnenweben getroppt. Nein, das sind Strings, das sind Fäden. Ja, für mich sind das aber Spinnenweben, Mann. Nein, Spinnenweben sind das Ding aber nicht. Micha, warum nimmst du das Eisen nicht mit? Mach ich doch gerade. Okay. Ich bin egal, ob die Kohle abzufahren und dann das Eisen. Hier ist Gold. Jawoll, wir können uns echt gut viel Goldäpfel dann machen, ne? Das ist nice. Nice, nice. Ich glaub, ich grab jetzt einfach hier wieder lang, ne? Leute, die Folge ist vorbei. Ja, wollte ich auch grad sagen. Die Folge ist wieder vorbei. Unglaublich. Alles klar. Unglaublich. Unglaublich. Ja, dann mach mal. Dann, meine lieben Frandos, schaut bei den anderen Boys vorbei, hinterlasst eine Bewertung, einen Kommentar und schreibt, wie euch es zu euch geht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. All right, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Ciao.